auch schießt den vogel ab das ist doch sogar ein boss level oder ich glaube schon dann kann man ja das gerade noch machen dann passt es ja rein dann passt uns da ja in den kram wie gesagt ich glaube dass ich weiß es aber war das schlecht ich weiß aber nicht sicher die welchen ablehnen okay ich glaube es ist doch kein boss level das heißt nicht so weil hier überall die abschließt den vogel abgibt schon irgendwo sind der nahe als ich war voll umkonzentriert man hat es vielleicht gemerkt wartet mal ich denke bestimmt was war das gerade ich wollte gerade im im takt der musik ist so död 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 könnte ich aber nicht weil die gehende zu früh kamen was ich bin ich habe gestorben ich bin irgendwie in nimmigkeit sondern weil ich gerade war ja 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 ich muss immer noch mal ein sicher gemacht ich weiß nicht von was ich meine übergleichung copyright habe ich habe gesagt ich habe keine tv-karte aber die sind da kann ich das kaputt machen ok aber es dient mehr als schussfläche als das abbrechen ja 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 das ist unfair das spiel treibt mir einen wahnsinn ich stehe da oben zu mir ein bisschen zu riskant oder die da unten zu holen weil ich könnte auch mal durch der guckse die Schöpfung abzulösen dass sie mal es ist vor allem das ist auch gut und zweimal abschneiden der dritte kommlich an was redet der ich weiß es nicht das ich dachte überlebe ich jetzt nicht erwartet aber ich muss sagen ultramäßig begleitet das kille ja da guck ich sage euch ja abschüsse nun es war nähe ja ich kann doch nicht dass ich dann hinschießen muss es ist aber die kann ich glaube ich abschließen oder ja genau das kopf noch verständlich teilweise also nein ich glaube ich halte diese lubs ja ja du bleibst mich nach oben lust da noch ein paar lubs raus war ganz nice eigentlich sagen verdammt fange ich jetzt wieder an ist in ordnung ich denke schon ah ja doch das geht das ist nicht so weit hin ich würde sagen ich nehme noch so bis 8 auf guck dann nachher mal küsst auf die uhr na guck mal ja doch bis 8 werde ich machen halt bis 8 bzw bis 8 und dann die folge natürlich noch fertig ich werde jetzt keine folge verhindern lassen wie wir es ich hatte schon mal die sieben Minuten vorher geht das weiß ich nicht weil ich einfach gesagt ich schneide es so und so war es nicht so kompliziert ist aber jetzt kann ich einfach länger aufnehmen weil ich jetzt ja auch mehr Platz auf der festplatte habe und alles noch viel besser rennen und hochladen kann ich mal neu im pc mehr habt und ja so das muss ich gucken da haben wir das schon ein bisschen wenig bandbreite alter genau warum auch immer ich möchte ich noch mal wirklich hinzufügen ich weiß ja ich habe es hat das doch auch so dass ich das gilt für mich erlernt und sonst beschwerde bei kbw erreichen die heiden aber ich habe mich in stadt und es mache ich nicht mehr Ja, wirklich. Jetzt hat man das doch gehört, aber mein komisches Zutun. Aber ja, ich bin ein komischer Mensch. Ich hab mich gerade total am Konzentrieren. Alter, irgendwie bin ich immer zu gierig und wir von den Rauben zu viel erwischen. Von den fliegenden Rauben. Na, ich finde, es hat mich auch noch. Das sind Weglau, fliegt der Weglau. Ich werde irgendwie ein Gericht fliegt, der fixt. Warum auch immer. Weil ich mich hier auch echt alles abschießen muss. Ich finde, es kämpft viel zu brutal. Ich finde, es sollten keine Menschen wieder gespielen. Jetzt aber vorsichtiger. Warum bin ich jetzt eigentlich gestorben, obwohl ich einmal getroffen wurde? Also das war jetzt fies. Wenn man will es jetzt auch gescheit ausweichen, das war ich jetzt schon ein bisschen schwer. Naja. alter das war doch gerade jetzt kommen jetzt aber ich weiß dass ich es schaffen ich glaube ich kann es machen ich habe mich nicht ich habe mich nicht ich habe mich nicht vielleicht einmal zurück das ist was okay nein das ist so gut kann hätte ich nie erwartet okay wenn ich jetzt hier muss stellt das wird mich aufregen es ist fertig ich traue ich bin vorsichtig wenn ich jetzt sterb freude und kurz auf die urkunde vertreter ich habe gar keinen ich habe gleich eine nachricht bekommen die er gleich meinen epischen sms ton wartet ihr hört ihn gleich gehört ihn gleich wartet ich werde jetzt in v8 also zehn minuten bisschen was erler bin ich fertig für heute zurück zur lichtung der träume in der alle glücklich sind obwohl ich sage ich mal es die folge obwohl es nach das ist ein bisschen hochspannend mal gucken wie ich es macht mal gucken ich habe ein bisschen kommunikation mit der aufnahmezeit gerade glaube ich guck mal es ist voll mein kleines musik sorry dass ich auch ein bisschen warum wollte ich dir umgekehrt ist meiner sagen doch dass er macht man auch ich spüre gerade bewegt nicht wirklich lust auf das geben habe ok da muss ich schnell hoch ich muss mich mal kurz am ohr kratzen dann höre ich immer wieder mit der stimme klar und deutlich genau aber ich kann einfach ohne richtig drauf los das war jetzt schlecht komm hier doch zwei ab stopp nice ich lebe doch jetzt nicht mehr wie man den anfang hin mann ich lasse das einfach mal aus wo 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 we du heidenvogel das musste sein das musste sein das musste sein Nein, ey, weh! Alter. Ich weiß nicht, warum ich da hochgehe. Ich weiß nicht, dass da irgendwas ist. Und da war wirklich was. Und es war... Gerne doch, Schätzchen. Aber gut zu wissen, dass ich da hoch muss. Ich hab nicht gedacht, da wird nur irgendwas. Aber da muss ich ja hoch. Wo ich da gar nicht hoch wollen würde. Nicht hoch wollen würde. Ich war grad schlecht. Geh da rein, Mann! Das war knapp. Das war sehr knapp. Ja, komm du mal her. Ach so, du kommst nicht weiter rüber. Weiter hoch. Ich mein, du bist ja auch so fett und fliegst in die Lüfte. Ich schaffte es schon. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin immer zuversichtlich in meinem Leben. Ah, das läuft doch schön und nice. Ah, das passt schon. Ja, komm, das war... Alter, Mann, das hätte ich dir. Das war unfair. Ich bin im Fall der Fall, dass das jetzt wieder passiert. Ich hab mich ja erlebt. Gut. Aber das ist auf der Fall nicht die beste Funktion als erwartet. Ich glaub, ich hätte noch da oben hin gehört. Ach, stimmt, ja, die mediativen tollen Geräuschen. Das hört mich da unten. Soll ich mich töten von Help Me? Nee, sorry. Ich hab grad erst auf nachgedacht, ob ich jetzt der Runde gehen soll, aber... Hab ich's halt nicht, komm. Der war auch mal wieder ein Pro-Versuch. Erstmal komplett abnippeln. Wie gesagt, schön Patrick üblich ist. Naja. Oh, Herz. You make me breathless. Ja, Patrick. Ich bin grad irgendwie nicht so gut. Vielleicht war ich langsam echt mal wieder aufhören, wenn ich mal wieder chillen will. Ich mein, das Game macht mir grad schon Spaß, aber... Man hast einfach mal keinen Bock mehr auf ein Game. Die Zeit kommt irgendwann. Also, ich mein, jetzt nicht insgesamt überhaupt keines, sondern halt grad aktuell. Ich bin extrem unsicher, ob ich mir das holen soll. Okay, hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ah, okay. Das ist egal. Okay, jetzt lag ich nochmal gescheit hier. Wann muss ich denn da losrennen? Da muss ich, glaub ich, springen. Oh, interessant. Soviel steht hier gerade sogar in der Aufnahme See. Ja, toll. Da bin ich einfach gar nicht erst weit gekommen, weil ich sowieso gewusst habe, dass ich sterbe. Ich weiß echt nicht, wann ich da los springen soll. Ich mein, da ist mir, glaub ich, ungefähr jetzt. Das ist nicht, was ich jetzt spende, aber hier? Muss ich langsam sein? Jetzt nach und nach. Ich wage, ich bin irgendwie mit den Situationen voll überfordert. Nehmt mich schlecht, dumm oder beides, aber... Okay, dat war Pro-Skill. Oh, verdammt. Hat nicht mehr gereckt zum Judo. Naja. Diesen ist menschlich. Wenn ich diesen lasse, dann bist du kein Mensch. Ja, genau. Ich verlasse die Stelle an der... Ey, Patrick. Was los, Schöller? Schöller. Ja, war geplant. So, fertig. Komische Geräusche ich mach, wenn ich gewinnen. Genau 20 Uhr passt, ja. Dann schon 17 und... Pass sogar dann so... Von den folgenden Tagen habe ich wieder was. Einige Zeit. ich bedanke mich an dieser Stelle mal fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen, wenn es euch gut gefallen hat, könnt ihr gerne nach oben gehen, wenn es euch nicht so gut gefallen hat, auch einen Daumen nach unten, wenn ihr Verpasst und Vorschläge habt, könntest du gerne nochmal in die Kommentare posten, wenn ihr auf unserem Kanal werdet und unser Kanal ganz gut gefallen könnt ihr auch gerne mal ein Abo da lassen und wenn ihr das Video verbreiten wollt, würde uns das auch wirklich freuen, auf jeden Fall sag ich von meiner Seite aus Tschüss, wünsche euch noch eine schöne Woche, hoffe auf die Videos und die Folgen haben euch gefallen und alles und ja, was ist da noch zu sagen, also Tschüss